Sprengsätze habt ihr benutzt? Oh, Ladung. Gerade genug, um es wie eine defekte Benzinleitung aussehen zu lassen. Der Sekundärschaden geht nicht auf uns. Nein, die Explosionen kamen aus dem Inneren des Containers. Das bestätigt unsere Theorie mit den Sprengstofflieferungen. Ja. Und wem gehört das Zeug? Ah, eine scheiß Briefkastenfirma in Dubai. Ist ziemlich aktiv. Karachi, Philippinen. Das Handy, das ihr gefunden habt, ist eine große Hilfe. Okay, ich muss das fragen. Wie geht's dir? Das geht schon. Sobald es politisch wird, sollen wir das Feuer einstellen und tanzen. Bin aber kein Tänzer. Okay. Also. Ab sofort leitet Voodoo Mako. Das wird ihn zwar nicht freuen, aber er steht bereit. Das hoffe ich. Wir kriegen gerade nasse Füße. Ach. Darfst du mir mehr sagen? Im Moment nicht. Wir bleiben in Verbindung, Mann. Hey, Stump. Wenn ich's nicht schaffe, gib das meiner Ex-Frau. Wir kriegen sie nicht. Kann losgehen. Alles andere hat sie nämlich schon. Eine Minute. Eine Minute. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Ich bin froh. Und ich begrüße euch. Zu Folge 2 von Let's Play Medal of Honor Warfighter Singleplayer. Mit mir, dem Pete. Und ich hab das Gefühl, wir springen ab. Wir gehen in den Tiefflug. Oh, springt schon eine Nutte. Oder fliegen wir mit dem Boot. Das wär noch cooler. Wie übrigens richtig... Okay, das Boot geht zuerst. Wie ihr übrigens richtig erkannt habt, noch ein Boot. Ist einer der Synchronsprecher, der von Samuel L. Jackson. Ja, von dem Chef, der da wieder zerleitet. Was wir gerade auch schon wieder hatten in der Sequenz. Cool. Und nein, ich habe nichts gegen Moslems oder so. Ich find die Sprache einfach nur witzig. Stump. Äh, nee, Stump. Vor einer Woche. In Somalia. Vielleicht werden wir nicht von Koratenflüger fallen. Ja, ich darf wieder feuern. Äh, steuern. Und feuern. So. Das ist total krass. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Letztens mal dieses in Deckung gehen und über die Deckung hinausschauen. Wir suchen Alpha. Witzig. Man sucht in jedem zweiten Actionspiel Alpha. In Gears of War 1 beispielsweise auch. Dich hab ich getroffen, du kleine Nutte. So, ich mach jetzt mal hier den Deckung. Kommen wir gerade auch ein bisschen vor wie Gears of War. Nur in der Ego-Shooter-Perspektive auch. Weil so richtiges Deckungssystem hat ein, äh, äh, ähm, ein Code of Duty ja beispielsweise nicht. Aber es ist eine da krasse, ähm, krasse Diskussion ist da entbrannt. Welches Spiel macht ihr jetzt irgendwie? Welches Spiel macht ist das hier jetzt hier gerade voll? Der COD-Klon? Ist das voll der Battlefield-Klon? Hm. Um das mal genau zu verstehen, müsst ihr euch vorstellen, Activision bringt jedes Jahr ein COD raus, was ziemlich, ziemlich gleich ist. Und macht damit einen Haufen Geld. Und Electronic hat sich gesagt, Electronic Arts hat sich gesagt, wie können wir das auch machen? Wir wollen auch die Code verdienen. Bringen wir doch einfach jedes Jahr, das war ein Hitshot, nice. Entweder ein Medal of Honor oder ein Battlefield raus. Und, äh, ja, große Überraschung. Diese einzelnen Spiele alle unterscheiden sich relativ wenig untereinander. Es sind alles Militär-Shooter und es ist, naja, Innovation sucht man vergebens. Wobei man, äh, dabei sagen muss, Battlefield 3 ist schon ein ganz anderes Kaliber als Medal of Honor. Wir haben mittlerweile auch schon die Multiplayer-Kampagne gespielt. Und die ist... Ich glaub, die könnte sogar ganz witzig sein. Ach, du Heilige. Aber die ist noch voll verbuggt. Das ist total krass. Man fällt durch die Karten. All so'n Scheiß. Komm, verrecke da oben. Jetzt hab ich ne andere Waffe aufgenommen. Also, das, äh, absolute Lieblingsspiel von mir wird, äh, Medal of Honor mit Sicherheit nicht. Aber, ähm, es ist hübsch. Und bisher hat sie's noch nicht allzu viele Fehler geleistet, muss man sagen. Also, die Single-Plan-Pakane... Das ist halt so. Hat man alle schon 50.000 Mal einen Honor-Shooter gesehen, ohne Witt. Deswegen, ich geh an dieses Ding mehr so als, äh, als Persiflage ran. Fand ich irgendwie passender, weil... Die ganzen, äh, die ganzen Kommentare, die so abgelassen werden, das ist eigentlich schon so veraltet. Ich hätte nicht gedacht, dass sich sowas nochmal jemand traut. Weil selbst Call of Duty geht ja mittlerweile etwas andere Wege, indem sie mit Black Ops 2 in die Zukunft gehen. Aber hier haben wir einen ganz, ganz effen Ego-Shooter mit den Taliban als Bösewichten. Welche Überraschung, die Terroristen sind die Bösen. Aber ohne Scheiß, ich find's jetzt nicht so furchtbar. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, boah, nee, das packe ich mit der Kneifzeige nicht an. Weil es spielt sich halt gut. Es sieht vor allen Dingen auch recht gut aus. Es ist richtig, einige haben angemerkt, Frostbite 2 ist nicht unbedingt gleich Battlefield. Alter, wie geht's denn jetzt hier weiter? Wollt ihr mich verarschen? Ihr Bobby's da vorne? Aber es sieht trotzdem gut aus. Es sieht ja deutlich besser aus als ein Call of Duty. Dann könnt ihr mir ja sagen, was ihr wollt. Ja, hier kann ich auch nicht durch, oder was? Hm, unsichtbare Mauer! Mein Arsch. Na komm. Voodoo, was muss ich machen? Nicht verschwenden! Okay, das schon mal nicht. Escape drücken. Brich durch und sichere den Bereich. Okay, gerne. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Jetzt kann ich doch hier nicht festhängen. Das gibt's doch gar nicht. Irgendeine Tür durchbrechen? Nee, oder? Nee. Komm, geh ich mal zurück zu den anderen Bobbys, die da hinten noch rumstehen. Wieso folgen die überhaupt nicht? Kann ja schon nicht richtig sein. So, was ist hier los? Right. Du stehst da dumm rum. Ja, du musst nicht in Deckung gehen. Hier ist kein Gegner. Hier ist alles easy. Guck mal, der ist tot. Die sind alle tot. Wieso kann ich hier nicht durch? Wieso kann ich hier nicht durch? Wieso lasst mich... What the fuck? Ihr wollt mich ja wohl hier verarschen, oder was? Habe ich jetzt schon wieder einen Bug? Okay. Leute, entschuldigt mich für eine Sekunde. Ich muss herausfinden, was los ist. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, es war eventuell kein Fehler. Es war eventuell meine eigene Dummheit, weil ich habe zwar da unten bei den Türen geguckt, ob ich da durchchecken muss, aber nein, ich muss durch diese Tür. Ja. Das wurde mir sogar gesagt, aber ich glaube, da war ich zu vertieft in der Blarabelei. Deswegen geht es jetzt so weiter. Hier, Mr. Bart. Einmal aufbrechen. Ja, es kann losgehen. Bam. 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 Oh, das. Lol. Oh, oh. Nein, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Verdammt, der ist in der Dunkelheit irgendwie nicht aufgefallen. Woran das liegt, weiß ich aber auch nicht. Nein, die Paraterie auf der See kostet den Handel weltweit pro Jahr bis zu sieben Milliarden Dollar. Also, ist das hier echt irgendwas mit Piraten? Story-technisch ist das ja eigentlich nicht der Fall. Was sind denn das für Kontrollpunkte? Ich bin hier gerade gestorben. Ja, okay. Komm, scheiß drauf. Aua. Oh, das war ein Handy. Sieben, um L-T-L-M zu benutzen. Oh. Jetzt gibt es ein großes Bader-Boom, glaube ich. Du wirst sterben, aber vorher habe ich mir noch einen Headshot. Oder auch nicht. Bäm, 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 bäm. Das ist die USA. Wir haben zwei Gegner und wir zerstören das komplette Gebäude. Amerika. Guck, deswegen sehe ich es als Parodie. Man verarscht gerade die Art und Weise, wie Amerika gegen Gegner vorgeht. Beziehungsweise das amerikanische Militär. Wieso kann ich denn nur so langsam laufen? Ich will nie nur an. Ich folge einfach mal Sergeant Wright, weil der ist bestimmt Wright. Ha, ha. Oh. Oh, wir schicken einen Bot vorher rein. Kommt jetzt Wall-E? Oh. Ey. Bist du Iva? Iva. Nein, oh Scheiß. Wall-E fand ich hammermäßig geil. Hammer geiler Film. Ich kann eine Waffe wechseln. Hammer krass. Jawoll. Okay, vielleicht zucken wir doch nicht Wall-E. Oh, geil. Wall-E kann hier die Felsen hoch. Komm schon Wall-E. Komm schon. Ach, du bist doch ein dummes Stück Kacke. Nimm den Schutt und baue den zu Klumpen, hä? Das kannst du doch. Komm, dann geh mal hier rum. Finde aber gut, dass ich einen Granatenwerfer habe. So sollte das immer funktionieren. Wee. Okay, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Oh, da darf ich glaube ich nicht rum. Wo sind die Gegner? Oh nein, ich weiß, dass die Mehrzahl von Gegnern nicht Gegner ist. Oh. Moment, sind doch Verbündete. Haha, ich stehe gerade auf Verbündete. War geil. Ich weiß nicht, wer den Bot gerade überhaupt in der Tasche hatte. Ich habe mir ja schon recht krass zu viel vor. Ich würde gerne einmal Waffen setzen, bitte. Nichts, der Bot ist immer da. Ich kann immer noch schießen. Alles cool. Okay, jetzt kann ich glaube ich nicht mehr schießen. Ja komm, wir sind doch noch hier so ein paar Leute. Wally ist leider gestorben. Das wäre das falsche Ende für einen Disney-Film. Komm, darf ich wieder ich selbst sein? Ja, aber. So sieht es nämlich aus. 1,6, hier ist 1,4. Ja, es soll irgendjemandem folgen. Verstanden. Vorsicht, in Gebäuden sind Tangos. Tangos? Ich glaube wir müssen hier wieder ein bisschen eine Runde durchbrechen, oder? Ne. Doch. Ach, das geht nur, wenn die mir das vorher sagen. Ich verstehe. Ich finde ja ein bisschen witzig. Wie bei Medal of Honor, die Entwickler immer sagen, ultra realistisch. Wir haben Militärpersonal eingestellt und so weiter und so fort. Allzu realistisch, das Spiel wird sich halt nicht. Weil, wenn... Hier ist noch irgendwo einer. Wo? Da. Bam. Weil, ähm... Allein schon, dass wir da echt nicht in die Zunge haben. Ui, 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 ui. Da oben irgendwo. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Fick dich! Immerhin stirbt man relativ zu. Das ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Da habe ich mir noch einen Headshot abgesnackt. Wo seid ihr? Bitches. Da ist einer. Das ist meine Galate! Ich glaube, die war gar nicht so scheiße geworfen. Oh, wie er wegrennt. Ich setze mich einfach mal hier. Oh, da ist noch ein Böser, Böser. Das war kein Headdy. Am Arsch war das kein Headdy. Das war sowas von Headdy. Das war ein Headdy. Okay. Ja, ich meine, natürlich war das ein Headdy. Oh, ich habe keine Muni mehr. Ey, Kollege, gib mir Muni. Munition. Wobei ich das eigentlich gar nicht so verkehrt finde. In vielen Spielen ist Munition, Knappheit ein wichtiger Punkt des Designs. Aber Medal of Honor halt nicht. Das ist halt, ich nenne es mal Arcade-Shooter. Und das kann es ganz gut. Einfach so sinnbefreit Spaß machen. Und gut aushalten. Oh! Wie soll ich den denn aufhalten? Können wir ihn verarschen? Oh, fuck. Oh, Junge. Ich glaube, ich müsste gar nicht töten. Ich muss nur bis da kommen. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn tausend Leute auf einen schießen. Was irgendwie Sinn ergibt. Dammit! Machen wir nochmal. Die Produktion des AK-47 wurde Ende der 50er Jahre eingestellt, als es vom AKM abgelöst wurde. Die AKM kennt man sehr gut. Puh, alleine. Daisy-Style AKM ist geil. Okay, vielleicht töten wir doch noch den einen oder anderen, bevor wir uns da hinwagen. Zum Beispiel, den da, auf den man zu rennt, wird sehr relativ sinngefreit. Da hinzurennen, während da noch so eine Mungel drin steht. Ich finde das immer wieder frech, dass man es einfach mit einem Button bekommt, durch das sichtige Feld hinzuschießen. Ich glaube, das ist von diesen Spielen aber auch gewollt. Ich finde das nicht nur... Das gewann bekommt, durch das Sichtige Feld hinzuschießen. Ja, ich bin immer wieder froh, würde ich sagen. Bäm, Handy! So, wo seid ihr den Nutten? Guck mal, hier sollte man wahrscheinlich den Typen flankieren. Nicht nötig. Weil wir haben es drauf. Machen! Ähm, wie gesagt. Also, ich habe nichts gegen irgendeine Nation. Ich habe nichts gegen... Vor allen Dingen habe ich nichts gegen irgendeine Region. Ist mir vollkommen scheißegal, woran ihr glaubt. Äh, ich finde einfach nur die Sprachenwitze. Ich finde auch, äh... Jede... Oh mein Gott. Fernwässliche Sprache, durchaus unterhaltsam. Also, chinesisch, japanisch. Ich muss immer lachen, wenn ich sowas höre. Das ist nichts Persönliches. Wenn ihr über die deutsche Sprache lacht, dann sei ich das... Dann ist das von mir aus so. Da habe ich kein Problem. Wobei ich die deutsche Sprache cool finde. Im Gegensatz zu vielen anderen. Die sind aber deutlich cooler als französisch oder sowas. Ich glaube, da oben ist gar keiner mehr. Aber eine Granate schadet nie, sagt man ja immer so schön. Ich glaube, ich bin schon wieder über... Über the side. Aber daran merkt man ja schon wieder. Das Spiel... Ist nicht langweilig. Würde ich auf keinen Fall sagen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei einem Spiel. Dass es nicht langweilig ist. Aber egal, ich muss die... Ich muss nicht, aber... Ach, wir wollen ja auch noch für uns für die nächsten Tage ein bisschen was aufheben. Deswegen beende ich die zweite Folge an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen am Samstag wieder. Bis dahin. Haut rein, Leute!